Willkommen zurück bei Dynasty Warriors 8 Extreme Legends, wo wir weiter. Die nächste Rundin steht an. Dann haben wir mal wieder einen ganzen Koop an Schlachten geschafft. Was haben wir denn da Schönes? Die Verteilung von Changyong. Zhuge Liang hat die Wu-Truppen den ganzen Weg bis nach Changyong begleitet. Schützen sie Changyong mit der Kraft ihrer jungen, fähigen Offiziere. Während die verschiedenen Parteien die Vorschrift rangen, führte Schuss Zhuge Liang im Norden einen Feldzug gegen Wei. Doch Weis riesige Armee konnte den Angriff des Feindes müllos abwehren. Zhuge erschöpfte dabei seine Truppen und Ressourcen und es erschien nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis das Reich untergeht. Um diese Lage Herr zu werden, war Zhuge Liang Wu um Hilfe. Wu Sun Quan ging auf das Gesuch ein und fühlte seine Armee gen Norden, um Weis Ostfront anzugreifen. Zur gleichen Zeit schlugte Shu ein großer Greif aus dem Westen, in dem einige von Shus besten Kriegern kämpften. Sie eroberten viele von Weis strategischen Positionen entlang des Han Shui und drang schnell bis nach Changyong vor. Zu dieser Zeit war die Verteidigung Changyong schwach, seine Eroberung würde also Weis Verteidigungslinien erheblich schwächen. Es war ein hervorragender Zhang-Angriff aus Westen und Osten, wer an den Schlachten am Berg Ding Jun und in Hefei erinnerte. Sima Jiat sandte seine Offiziere, um den bevorstehenden Angriff von Shu abzuwehren. Wir würden Deng Ai, Song Hui und Xiao Ba den fürchterlichen Shuangriff aufhalten können. Ich bin mir jetzt gar nicht tot sicher, ob wir Zhang Rui mal gespielt haben. Haben wir, okay. Dann haben wir jeden von denen gespielt. Tatsächlicherweise. Da bin ich mir dann ziemlich sicher. Es ist nur hier die Frage, wer am längsten her ist. Und soweit ich das sehe, ist Zhang Rui am längsten her? Das überrascht mich. Ich hätte jetzt gedacht, das Ding halt länger her ist, aber anscheinend ist Zhang Rui länger her. Okay. Oder zumindest ist sein Level am längsten. Also nehme ich ihn dann deswegen schon. Was behalten wir alles mal bei? Waffen müssen wir switchen. Wir haben eine Level-4-Waffe, das freut mich. Der fliegende Drache. Und ein gleitender Cobra. Gut. Dann legen wir los. Es ist eine Reise, warum ich mich für Großartig bin. Schöng-Yung Castle ist in danger after being surrounded by the enemy. Wir müssen hurry zu ihrer Hilfe. Ich muss nach dem Castle as schnell wie möglich. Ich werde den shortesten Weg geben. Die shortesten Weg? Die Leute wie du immer suchen. Das ist meine Chance, um die Jumpe auf alle. Auch wenn ich versucht, zu stoppen Zhang Rui. Es ist nicht so, dass er zu hören könnte. Oh, gut. Ich muss nur auf meine eigene Aufgabe fokussieren. Aber sie müssen durch die Tür eingeblendet werden. Eine Reise, die noch kommt auf dem Weg. Dann machen wir sie. Ich versuchze. Ich versuchze. Das ist ein guter Punkt. Du bist sicher. Acht? Ich versuchze! Ich versuchze! Ich versuchze. Ich weiß nicht, Lingtong. Try not to slow me down out there I don't know who you're talking to I should be the one telling you to stop brushing into things You're by yourself? That's too bad for you This appears to be as far as we go This appears to be as far as we go The name's Ma-Dai It's a pleasure to meet you You will lend me a hand? I am in your debt Watch this! That was quite expectant Truly amazing How can I let this happen? We may not survive at this rate I am in your debt However, I'm not sure how we can hope to match the enemy's strength I've promised too many people that I would survive this battle So I guess this is goodbye Doesn't the enemy value their officers? If so, they shouldn't be sending them to fight me Come! Know the terror of facing Ma-Ciao in battle! You will lend me a hand? I am in your debt Your assistance was most timely, Father You have our thanks I shall remember you Next time we meet I will be the victor Doesn't the enemy value their officers? If so, they shouldn't be sending them to fight me I'm grateful for your assistance I feel capable of anything that you need I thank you for the reinforcements This is where we will put a stop to the enemy's advance Such a fine display of skill I have much to learn I did not think I would be receiving any reinforcements Let us turn the top Your strength is worthless against my strategies Doesn't the enemy value their officers? If so, they shouldn't be sending them to fight me The way reinforcements seem to be quite capable We must fall back from the front lines and rethink our strategy We've dealt with those bothersome enemies Close the gates before they can breach the castle walls again They have taken up a defensive position Just as I anticipated Now we shall begin the construction of our siege weapons The enemy appears to be using siege weapons to attack the castle Master Chonghui, we should head to those hills We can dump dirt down on the enemies And disable their weapons Did you really think I hadn't already thought that? It's unusual for the two of them to agree on anything I hope this isn't a sign of bad things to come You are perhaps the most magnificent warrior I've ever seen My lord, Wu reinforcements have arrived There seems to be an almost limitless number of them Duh, this appears to be as far as we go Come and face me in battle Please take it easy on me, okay? I am the chosen one Okay, okay, I give up already You would best watch your back when I return Doesn't the enemy value their officers? If so, they shouldn't be sending them to fight me This is the end That was quite a spectacle Truly amazing Wow You have that certain aura that surrounds great warriors The weapons are complete Now we shall advance on Chongyun castle I expected some of our weapons to be destroyed We simply need to manufacture more The Chancellor has already predicted your movements Now you must face me in battle My lord, Shu reinforcements have arrived as well They also appear to be great in number Are you ready to face me? Are you ready to face me? You are perhaps the most magnificent warrior I've ever seen That takes care of those meddlesome individuals Now we just need to proceed with our plan And destroy their weapons Looks like I got a little carried away I'm gonna pull back for now What are they doing? Now we'll never be able to use the weapons Watch this I am to be the last thing you see on this battle piece Come and show me the might you possess I do not like you It is too late for you to rethink your foolish strategy to go it alone I do not like you Doesn't the enemy value their officers? If so, they shouldn't be sending them to fight me I couldn't push back the enemy Well, at least I can protect the Chancellor What's the matter? Are you lost? You poor little fan You poor little fan I'm lost I'm sorry I'm lost I'm through I'm hurt You poor little fan I'm going to have your head. We must change our strategy. Have the ambush troops attack the way forces. That was quite a spectacle. Truly amazing. Watch this! You sure know how to fight. You sure know how to fight. That was quite a spectacle. Truly amazing. I have such great strength. I'm pulling back for now. I'm grateful for your assistance. I feel capable of anything that you need. This appears to be as far as we go. This is our chance to make a difference. Follow me and we will take over the area. Are you prepared to face the daughter of the god of war? I am the chosen one. Relax, the necessary strength. I'll be back after I put on some more muscle. This is the end. I will deuce you to mere ashes when I'm done. I shall fight you. You will lend me a hand? I am in your game. I'm afraid your destiny has run its course. I am going to make this a fight, everyone will remember. Forget that we ever met. It's quite a spectacle. Truly amazing. What a endless mass of officers here are. My god. That's what I will do. What a lot of shots. I will 7KD-9 K haul. Let's go. Let's go. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Du bist vielleicht der größte Wälder der ich gesehen habe. Unsere Assault auf Shang Yong failed. Ich muss diese Krieger von Wey erinnern, die mich zu schützen konnten. Hm. Es ist ein wenig wichtig, ob Sie uns oder nicht erinnern. Sie sind nicht sicher, dass wir unser nächstes Erkennen überleben. Bis zum nächsten Mal, wenn wir eine nächste Extreme Legends Mission angehen. Bye, bye.